Lass mich versuchen! Da kommt die Gelatine aus der Fahne gesprungen. Hat mir auch keiner gesagt, dass meine Stimme übersteuert. Habe ich erst mal eingestellt, wenn das Internet weg war, rumgespielt. Und die hat übersteuert, ja. Ein bisschen. Wenn ich laut wurde. Ich werde ja eigentlich nie laut, ne? Oh, I'm dying to see, what you'll do next. Was? Moment, soll ich das? Nothing ever seems to slide into place in this place. Great move. I have a bad feeling about this. How does it feel to be the first living thing to set foot in these dungeons in? I can't remember how long. Ha 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 ha. Yes? Oh, yes! Keep going this way. Fabian? Get off. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, was passiert? Das Fernrohr habe ich schon gemacht Du erinnerst dich nur an die Lösung, wo ich es nachgeguckt habe, ne? Das war klar Ich sage, dass wir alle gehen und haben ein Supperware haben Ich denke, wir waren zu essen mit dem Supperware Wait, wait, wir brauchen ein paar Regeln Wir müssen zusammenbleiben, spielen wie ein Team Oh, don't be such a bore, darling It's a game That's why we're invited It's a game Everyone for himself Or herself Crazy old Star Is watching us Scaring us Watching us play Da hinten, das habe ich gelöst Hier ist eine Abkürzung, wenn ich mich nicht täusche Die geht nach oben Die geht nach oben Das ist eine Abkürzung, wenn ich mich nicht täusche Die geht nach oben Das ist eine Abkürzung, wenn ich mich nicht täusche Die geht nach oben Die geht nach oben Siehst du, jetzt kann ich es öffnen, gut Die geht nach oben Kartenpuzzeln Kartenpuzzeln hast du gesagt Hier Oh, I'm dying to see what you will next Up and down and side to side. That's the way the cards unhide. Up and down and side to side? I'm going to have to start again. A leap of intuition in order to unhide them. A leap of intuition in order to unhide them. Swans. I'm going to have to start again. So simple. Komm. Yes. Dummi Brot. Oh Gott, noch eins. Kann ich die und die? Jawohl. Ja, das ist falsch. Die Idee ist schon mal eins, zwei. Gut. Föiled again! Sturdy work. Even Houdini didn't use such heavy weight. Ah, perhaps this is the secret of Stoff's power. Yes. Yes. Und dann schmeißt er den Hut rein. Yes. Temple. What the hell are you doing? Stop it. Stop with your... Skelett. Spuglich. Seid ihr alle... Schon am schlottern? Habt ihr Gänsehaut? Ich wollte umdrehen. Even Houdini didn't use such heavy weight. No, ja. No, ja. Oh, das ist das. Oh, vielleicht ist das das secret of Stoff's power. Yes. General? Was ist das Geräusch? Yes. 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 Hat er den Kerl im Hintergrund gerade eingefroren? Weil als er Stopp sagt, hätte ich... Dieses Spiel, ne? Der Plot. Hollywood. Warum sind da jetzt drei Türen? Was? Können wir noch nicht rein. Was? 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 Das war für Excel. Habe ich auch gerade gedacht. Sollte ich hier nicht rein? Machst du Excel-Tabellen in deiner Freizeit oder arbeitest du nebenbei? Ich bin falsch abgebogen. Ich drehe durch. Freizeitliches für die Arbeit. Das beruhigende Toc-Toc. Das beruhigende Toc-Toc. Das beruhigende Toc-Toc. Aber ich will noch nicht. Ich bin noch ein bisschen schade. Da ist nichts zu bemerken, Alvin. Except Stoffe's tricks. Das beruhigende Toc-Toc. Ich bin ein stage-magician all my life. Ich will wissen, ob es real magisch ist. Kann Stoffe das wissen? Kann Stoffe das mir geben? Ich? Nein, wir. Wir müssen eine Chance finden. Wir müssen unsere Leben wieder zu beginnen. Ruminöse Geräusche im Dunkeln. Mal schauen, ob der Raum jetzt offen ist. Okay. Mal schauen, ob der Raum jetzt offen ist. Das ist schon wieder eine Abkürzung. Bin ich jetzt wieder unten im Keller? Ich raste aus. Oh. Okay, Badezimmer ist nur eine Abkürzung zur Bibliothek. Merk nicht mehr. Okay. Ist meine Stimme immer noch abgehackt feiern oder ist es jetzt besser mit dem Gates? Oh, hier, noch ein bisschen Ächsel. Kann ich wieder nur die umlegen, die direkt nebeneinander liegen oder was? Die Stimme passt gut. Hm. Ist das wieder so? Warte. Okay. Ich werde wieder anfangen. Okay. 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 Für jedes Puzzle, oh Mann. Ich werde jetzt zum Puzzle-Streamer. Ich werde reich an den ganzen Bits. Danke, Feier. Ich werde reich an den ganzen Bits. 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 Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist. Fuck. Ich werde reich an den ganzen Bits. Ich werde reich an den ganzen Bits. So kann ich nicht, ne? So kann ich nicht, ne? Scheiße. Gucken, ob ich so springen kann. Ja, kann ich. Ich werde reich an den ganzen Bits. 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 Ja, das ist zu weit weg. Ich kann mich nicht ein bisschen streamen. Ich werde reich an den ganzen Bits. Ich werde reich an den ganzen Bits. Du hast es geschafft. 400 Leute in meinem Stream. Du bist super chaotisch. Du bist super chaotisch. Get fucked. Just cause someone kept checking the blacksmith. Do you ever want to play together sometime? Like, starting a new character or what? It's crashy though. Oh, you have the PC version. Okay. Hm. Wie komme ich? Warte mal, von Dauna... Okay. Oh, warte. Oh. Moment. Standard Playstation Pro. Not the good one. Pro Version. Oh, jetzt habe ich meinen... Gedankengang verloren. Scheiße. Ähm... Was wollte ich machen? Oh, das ist... Фаг Не zuerst sein. Das ist so schön. Ich will michosh brothers hi. Ja, ich will mich nicht um dir wish. Ich lice dir genauso wie ganz egal und alle. Hmm... Um, 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 um. Um, 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 um Auch nicht. Okay, das müsste es sein. Oder auch nicht. Ich hätte hier anfangen müssen. Da komme ich nicht hin, scheiße. Ich werde wieder anfangen. Ich werde wieder anfangen müssen. Ich werde wieder anfangen müssen. RIP. Auch ein RIP. Ich muss an zwei Stellen das offen lassen, wenn ich das so machen will. Ich werde wieder anfangen müssen. Nee, das funktioniert auch nicht. Ich werde wieder anfangen müssen. Läuft, ne? Das Puzzle ist super. Ist schon wieder falsch. Oder nee. Oder nee. Ist es? Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Verkackt. So hat es funktioniert. Kacke. Achso, jetzt kann ich nicht zurück. Das kam von hier, ne? Ich werde wieder anfangen müssen. Verkackt. 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 Warte mal. Warte mal. So oder nie. Schon wieder verkackt. Ich werde wieder anfangen müssen. Ich bin so doof. Ich werde wieder anfangen müssen. Ich werde wieder anfangen. Warum kann ich die jetzt nicht? Ich werde wieder anfangen müssen. Ich werde wieder anfangen müssen. Ich kann nicht von links nach rechts. Das ist zu groß die Spalte. Aber ich kann von dem zu dem springen. Und von dem zu dem, aber von dem zu dem nicht. Ich werde wieder anfangen müssen. Ich werde wieder anfangen müssen. Das geht auch nicht. Das verwirrende ist, dass die Regeln nicht so recht aufgehen wollen, ne? Die Regeln sind nicht klar. Ich werde wieder anfangen müssen. Ich werde wieder anfangen müssen. Ich werde mich wieder anfangen müssen. So geht es nicht, dann bleiben die hier offen. So geht es nicht, dann geht es nicht, dann geht es nicht. So geht es nicht, dann geht es nicht, dann geht es nicht, dann geht es nicht. So geht es nicht, dann geht es nicht. So geht es nicht, dann geht es nicht. Jetzt geht wieder in der Mitte nichts auf. Und die in der Mitte ist wieder nicht. So geht es nicht. Endlich. Sieben Versuche später. Kann ich dir nicht sagen, was das ist. Also die Auflösung ist zu schlecht, um es zu sehen. Was passiert? Ja. Ach. Noch ein Bild. Bitte. Mmh. Kapelle. Soll das eine Fehlermaus gewesen sein? Warte mal, stehe ich jetzt hier auf... Ich stehe auf dem Fall, ne? Ja. 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 is there a pattern to this we're all be dead by the time you solve this using only what you see can you get from a to b Hä? Was sehe ich mir überhaupt hier gerade an? Muss ich alle und viel Schlag. Ich verstehe den... Muss ich hier hin, oder was? Ah, da bin ich doch grün. Pzenia. Amen. Finn, I'm not even sure what they are asking of me. I mean, it's clearly not get over there. I already did that. That's right. There's more to these markings than meets the eye. Is there a pattern to this? We'll be dead by the time you solve this. No. You can see what you see. Can you get from A to B? No. 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 Puzzle & Nursery is it's not. Aus dem Attic, da gibt es keine Lösung für, cool. Oh, nicht komplett. Halten einige länger als andere? Oh, Lena. Okay, Play 4. it's as easy as one two three Nein, das ist es auch nicht. Du kannst nur auf jedes Eimer drauf treten. Das sind die Bosenfliesen, ja. Du musst da nur einen Weg drüber finden, zu dem oben rechts, oder was? Das habe ich aber gemacht. Da. Da. War das jetzt nicht richtig? Braun. Lila-braun, lila-braun nach oben. So. Ich verstehe nicht die Regeln. Using only what you see, can you get from A to B? There's more to these markings than meets the eye. Is there a pattern to this? There's more to these markings than meets the eye. We'll all be dead by the time you solve this. Using only what you see, can you get from A to B? There's more to these markings than meets the eye. Hmm. Hmm. Is there a pattern to this? It's as easy as one, two, three. We'll all be dead by the time you solve this. It's as easy as one, two, three. Using only what you see, can you get from A to B? There's more to these markings than meets the eye. There's more to these markings than meets the eye. We'll be dead by the time you see, can you get from A to B? Is there a pattern to this? It's as easy as one, two, three. I'll be dead by the time you solve this. Bisschen, zwei blauen war es richtig? Ich verstehe die Logik nicht. Darf man niemals auf zwei dieselben Farben treten, oder? Das wäre jetzt falsch. Also lila-braun, lila-blau, blau-braun, blau-braun, lila-braun, Ausgang. Richtig. Richtig abgelesen, sagt er. Lila-braun. Lila-blau. Blau, lila. Braun, lila-blau-blau. Ich habe nicht auf blau getreten, ne? Scheiße. Ne, vom blau... Fehler von dir. Siehst du nicht mal? Du weißt, wie es hier geht. Was sie von mir wollen. Ich bin mal. Ich bin mal. Ich bin mal. Ich bin mal. Schmerz. Ich bin mal. Ich bin mal. Ich bin mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war doch wieder falsch. Lila, braun, lila, blau, blau, lila, braun, blau, lila, blau, 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 blau. Braun, lila, blau, 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 ziel. Oh, endlich. Warum? Was ist? Darf man niemals auf dieselben Kacheln treten? Nee, falsch. Nee, richtig. Was jetzt? Ich verstehe die Regeln nicht bei dem Spiel. Zu doof. Der sticht das Baby, komm. Ich kann nicht re-chat mit dem Bücher von Geos-Pho. Das? Das? Da hast du kein Stopp-Video und Chat, Finn? Das ist Doff's secret. Some demented science. Ich habe, in diesem Tag, gefunden eine Art, um kommunizieren. Ich will eine Power. Real magic, wenn es existiert. Nicht das. Nicht das. Oh, nein! Nein! Warum ist da... Okay. Ah so, okay, das gleiche nochmal. Hier gibt es kein Puzzle. Ich dachte... Ne, das war ja ein Klavier, ne? Stimmt's. Hier drin war nichts mehr, ne? Okay, ja. Jetzt klicken wir links auf die Tür. Jetzt gehen wir einmal komplett durch den Raum. Hinten bis an die Chemikalientheke. Drehen uns um. Und dann gehen wir durch die Tür. Mal gucken, ob wir uns Musik zu machen. Jawohl! Schwimmende Hände. I got this piano for a song. Ach, in zwei Stunden muss ich aufstehen. Ist das nicht ein Spaß? Hast du noch Spaß? Ja, Immortal? Ich erinnere mich, wenn ich spiele, Follower der Leader. Untertitelung. BR 2018